Das Gorsi-Pfund ist die Währung der Kanalinsel Gorsi. Das Gorsi-Pfund entspricht in seinem Wert exakt dem britischen Pfund. Es wird vom Treasury and Resources Department der States of Gorsi herausgegeben. Es ist das übliche Zahlungsmittel der Inselbewohner. Mit dem Pfund Stirling kann jedoch ebenfalls überall auf Gorsi bezahlt werden. Die Bindung an das britische Pfund besteht seit 1921. Vorher waren die lokalen Zahlungsmittel wie Duble, Schilling und Pound an den französischen Front gebunden. 1971 wurde das Münzsystem dezimalisiert. Ein Pfund entspricht heute 100 Pents. Außerhalb von Gorsi wird das Gorsi-Pfund nur auf den benachbarten Kanalinseln als gültiges Zahlungsmittel anerkannt. Auch die Kanalinsel Gorsi hat ihre eigene Währung, das Gorsi-Pfund, das gleichfalls mit dem Pfund Stirling wertmäßig verbunden und nur auf den Kanalinseln als Zahlungsmittel anerkannt ist. Eine Bezeichnung nach ISO 4217 existiert nicht. Die übliche Abkürzung ist GGP, Weblink, die Banknoten von Gorsi.